VLOGTIME 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 Es ist Freitag und es ist wieder Zeit für meine äh altbekannten Videos Als in der letzten Woche in einem Zimmer passiert ist ist das da Der Liebwertherr Dömmle hat mir hier so ein sexy Brett an mein Paletten weg gemacht und da sind auch leider Und da unten ist tatsächlich da ist wie eine Einbuchtung für LEDs weil da LEDs rein kommen Ich habe mir tatsächlich noch ein Mikrofon gehalten Äh Was lachst du? Ich bin VLOGTIME Ich lache mit dir Eines Mikrofon gehüllt Das hat nämlich einen Klinkenschluss und das Ding ist die GoPro hat keinen Klinkenschluss und der Plan war eher sich eine GoPro zu holen sich eine GoPro zu holen dass man die einfach mal schnell so in in den Hosensack machen kann und mit dem Mikrofon wäre es ein wenig blöd BBs Beauty Palace Style mässig Ich bin der Julienko und filme Wieso muss ich die BBC sein? Weil du mit der Kamera bist Aha! Machen wir äh Machen wir Girlfriend Tag? Jaaa Nein, Haustour Haustour Ich habe mir die teuerste Villa von Hier? Aber da bin ich gekauft so scheiße Hier haben wir 10 Meter Alex-IKEA-Einbauschränke Geile Features von meinem Zimmer Ich habe gar nicht zu sehen aber ich habe Features in meiner Wange Und mehr habe ich gar nicht zu sehen Ich habe wirklich so mit so Bananen drauf weil ich bin auch äh Bananen Und dann kommt Ja, ist das schwierig spontan zu reden Und dann kommt noch die ganze Gang Die ganze Gang Äh Und zuerst kommt Jana Bekannt aus Videos wie Ich habe eine GoPro gekauft Der Dömmel hat noch Training Und der Michi kommt immer irgendwie so zu spät Das sieht so grossig aus Das sieht so grossig aus Oh, sie kommen Boah Ja 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 Das sagt mir jeder Ich habe gerade einen guten Grund Wieso Aber den darf ich vielleicht nicht öffentlich sagen Und jetzt spielen wir Frenti und probieren uns Shania zu erklären Wie zum Ficken hier drei neue Kartenarten Alle der Reihe nach verdeckt drei Handkarten von der Person rechts von euch Aha Ja Gezogene Karten nehmt ihr erst auf eure Hand sobald alle ihre Karten gezogen haben Also in diesem Fall drei Karten im Kreis So anziehen Ich habe drei oder weniger Neue Ja ich habe drei Ah Du hast drei Ah so drei Hat eine Person drei oder weniger Karten Ja Hat eine Person drei oder weniger Karten Werden alle ihre Handkarten gezogen Und das Also du hast dann einfach drei neue In diesem Fall Ja Also ich ziehe ja von dir oder Ja Genau Ja von Und das heisst dir kommt sowieso die hier Mhm Dann bekomme ich Ah von mir Von mir Ähm Ähm Und jetzt du von mir drei Oh Neue Karten Neue Karten Neue Karten Neue Karten Neue Karten Neue Karten Ich muss heute etwas noch nachholen Ich muss heute noch Debbie vorstellen Ja voll Stimmt Aber ich muss richtig übertreiben Muss ich mich nicht eigentlich noch selber vorstellen Muss ich mich nicht eigentlich noch selber vorstellen Wir haben einfach so ein fettes Büchle Ja Ja Ich muss mich alle meine speziellen Karten einer Person geben Und diese Person muss mir die anderen auch geben Ja Was steht da Und diese sind bessere Spezialkarten Oder Wähle eine Person aus Du tauschst nun alle Spezialkarten Vielleicht bekommst du auch keine Mit wem willst Hm Mit der Isa Ich glaube da eine bessere Chance Ja du hast ja mehr Ist ja egal wie Du weisst Also ich bekomme einfach so viel wie sie hat Vielleicht mehr von ihrer oder weniger Ja 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 gut Du weisst ja was ich Karten über dir gezogen habe Ja Eben Darum Kommt dort jemand Kommt dort Michael aus Seel aus Mit dem Gabriel Ich muss gleich auf Zutun Was ein Flex Was ein Flexer Was ein Flexer Ein Rich Ein Rich Kid Wie gesagt Hallo Hallo Mein Gott Jetzt hast du endlich mal Debi Was kannst du vorstellen Debi Debi Yes Mach ein gutes Gesicht Mach ein gutes Gesicht Hallo 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 Wir sehen deinen Schatten Lonely Walkers Wir lügen Wir zwei laufen Wir sind sportlich Obwohl es blitzt Es blitzt uns einfach weg Nein Es blitzt uns einfach weg Ja Und die anderen Fuhren Ich schwöre wir das Ich schwöre wir das Ich hab's noch gedacht Ich hab mir gedacht Ich hab mir noch gedacht So herr Ich hab mir gedacht So lange Wirst du das statt tief kaufen Dann kannst du immer so Ey ich bin eine Freude Ich hab mir Scheisse gestellt Aber das kommt erst mit Unilater Oh das Heidi Ist das Heidi? Ja So? Ja Alter Wie machst du das? So 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 Ampel So 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 Das sieht man nicht, oder? Nein. Es hat sich ein ganz leichtes Gesicht gemolist. Jetzt schon. Das grüße Himmel. Mein Gott. Kannst du Musik wieder einfügen? Ja, voll machen. Er kriegt einfach Club Mate auf X. Nicht wohl. Auto wie Crocodile Danny. Und jetzt geht's heim. Wir sind etwa eine halbe Stunde da gewesen. Weil jetzt kommt die Pisse wie die Sau. Es sieht aus wie Regen, aber es ist hier der Strom. Ja, wie gesagt es nicht ganz. Oder wie das luftigste Teil. What the actual fuck. What the actual fuck. Im Auto sieht man wie... Oh mein Gott, Alter. Das Auto. Was macht sie? Sie blutet? Nein. Nein. Aber... Blüten. Ja, logisch. Blüten. Blüten. What? Was macht Blüten? Ich habe gesagt, sie blüten. Ich habe gesagt, sie blüten. Blüten. Ja, logisch. Es ist blüten. Aber blüten. Ich habe sie schon richtig gesagt. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Was soll ich noch auszählen? Buchstaben sind eine Lüge. Aussprache kann es gleich richtig. Kannst du mal... Cool. 7, 8. Schau auf meine Karte. Wer möchte anfangen? Wait. Ah, das war die erste. Ich dachte, du bist zweit leider. Ah nein, nein. Ah ja, es gibt eine richtig geile Scheisskarte. Die heisst Curse. Und die kannst du nicht legen. Ah ja. Das heisst, du musst versuchen, sie loszuwerden. Schau mich an! 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 Ich habe es doch krise! Oh mein Gott! Ja, mit dem kannst du die Powerkarte aufladen. Aber ich habe keine Powerkarte. Das ist schon so ein Verzweiflung. Ja, er ist oben... Er muss schon die Einzweiflung! Er ist super am Rauper gesessen! Er ist oben der ersten Karte vom normalen Stürm. Halt, wo ist das abgum? Kann ich einfach einen? Oh! Was machst du nicht? Egal, scheisse. Für dieser Karte hast du das? Also Spezialkarte... Aber jetzt zu dieser Karte zählen. Alle, die keine Zahl haben oder? Ja. Alle, die keine Zahl haben. Okay. Weißt du mal... Kurze Frage! Fuck! Weisst du, was die Zahlen sind? Ja, weiss ich. Es hat so gut ausgegeben. Danke Isa. Danke vielmals. Musik Musik